Hey Leute, in diesem Guide zu Hogwarts Legacy zeige ich euch, wie ihr den Todesfluch Avada Kedabra lernt. Das wird relativ spät im Spiel passieren und es geht hier um eine Nebenmission namens Im Schatten des Relikts. Danach solltet ihr immer Ausschau halten, also geht ab und zu mal auf Aufträge und guckt mal, ob ihr die schon habt oder auch nicht. Auf jeden Fall gehört die Quest zur Beziehung mit Sebastian. Die Quest führt euch in die Katakombe von Feldcroft. Dort betretet ihr natürlich die Katakombe und müsst Sebastian suchen. Das Ganze ist nicht so schwer, das ist kein richtiges Labyrinth. Ihr werdet auf jeden Fall automatisch da irgendwie zu ihm hinkommen. Auf dem Weg zu ihm müsst ihr aber unzählig Inferi besiegen. Das sind diese Zombie-artigen Untoten, die ihr mit Feuer am besten töten könnt. Ihr werdet Sebastian finden, der ist von Toten umringt und dann müsst ihr mit ihm kurz reden. Und dann erscheint schon der Hauptgegner hier, Solomon Sallow. Den habt ihr schon in Nebenmissionen kennengelernt und eigentlich war der immer lieb. Jetzt müssen wir gegen ihn kämpfen. Der Kampf ist auch nicht sehr anstrengend. Er hat ein paar Ads. Benutzt am besten so wie ich hier die Flüche Imperia und Crucio, denn die machen ordentlich Damage. Wenn ihr ihn besiegt habt, müsst ihr mit Sebastian nochmal nach draußen gehen. Und dort werdet ihr dann gefragt, ob ihr den Fluch wirklich lernen wollt. Dann wählt ihr einfach aus, dass jeder den Fluch kennen sollte und dann die nächste Antwort ist, ja bitte. Und dann kommt schon das Minispiel, also praktisch die Standardfunktion, mit der ihr immer Zauber gelernt habt. Dann habt ihr den stärksten Zauber im Spiel, der jeden Gegner sofort tötet. Ich wünsche euch damit sehr viel Spaß. Ich glaube, das macht auch echt viel Spaß, das auszuprobieren. Und ja, lasst gerne Feedback da und wenn ihr Fragen habt, immer kommentieren und so weiter. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Guide wieder, Leute. Macht's gut, haut rein und bis bald. Ich bin gerade nicht ich selbst. Treffen wir uns später in der Krypta. In Ordnung?